Was bist du denn so gut drauf? War doch gestern im Schwimmbad, ne? Ja, aber ich war nicht alleine. Corona Feldbusch war auch da. Ich hab sie fotografiert. Nackt! Echt? Ach, zeig her! Ach, guck mal, ist doch tatsächlich die Feldbusch. Ja, aber die hat doch was an. Ja, ja, ich war nackt. Hä? Mhm.